Ich kann jetzt hier nicht... Aber, ja, ja, es ist uns in der Lage, zu dir zu kommen, das ist das Ding. Ja, dann kommen wir jetzt zum Schlüsseldienst drauf. Das ist ja das Ding. Die Jungs sind irgendwo, die sind am Arbeiten, sollen die hochkommen. Ihr habt hier in den Jungen. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Wir sind paliert. Ich war jetzt gerade am Machen gewesen. Jetzt gehe ich eine Runde schwimmen. Ich habe bloß ein bisschen zu tun. Jogi, will der mich forschen? Der regnet jetzt nicht schön, der Mann lukt. Sag zu denen, ich schwimme runter zum Tier. Sag das dir. Nächste Kugel ist im Kopf. Wie bitte, nächste Kugel sind... Hasta la bisa, Bruder. Wir sehen uns im Himmel. Hadi, Habibi. Verrat mich, wo denn sie sind. Verrat mich, wo denn sie sind. Also, sag die Wahrheit, wo sind sie? Ja, was ist mit deinen Leuten los? Haben sie keinen Bock mehr auf dich? Wer ist denn der Anführer bei euch? Wir haben keinen Bock mehr auf dich, oder wie? Du kannst ruhig wieder rangehen mit Lautsprecher. Nix. Es wird ja hier immer lustiger. Ja, wo sind denn deine Kollegen? Haben die Telefon gesagt, du sollst nicht verraten, wo sie sind. Geh ran, geh ran mit Lautsprecher. Hey. Hey. Hallo. Und, was ist jetzt? Ja, aber nächste Kugel, was können wir denn jetzt dafür? Du legst jetzt auf. Wenn der Fax macht, dann schießen wir ihn. Ich sage dir ehrlich, wir haben einen von denen, aber seine Jungs wollen irgendwie nicht kommen. Er sagt die ganze Zeit, die Jungs sollen runterkommen. Oder er stirbt, nachher sagt er, viel Spaß im Himmel. Jalla Habibi, ganz, ganz verrückt. Wir fahren hoch den Schlüssel, machen wir gucken. Ich lege, keine Ahnung, wo die sind. Wir wollen, dass sie zur Garage kommen, aber sie wollen irgendwie nicht. Ja, er hat denen den Call gegeben, dass sie zu uns kommen sollen, aber die wollen irgendwie nicht. Also sucht, also sucht mal die anderen, bitte. Wenn ihr sie habt, sagt mal Bescheid. Jo, danke dir. Ciao, ciao. Also, deine Jungs werden wir sowieso finden. Ob es heute ist, ist ob es mal die ganze Stadt auf euch angesetzt. Diese Schlüssel, wo baut man diese Schlüssel? Ist das bei diesen Human Labs? Qualito B. Da fahren wir mal hin, wir gucken da mal. Da ist sicher fake, da ist sicher keiner. Ne, die haben wir jetzt. Das haben wir schon. Du bist aber nette Freunde. Ja, natürlich. Sache ist, wir wollen ja auch nicht böse sein. Aber wenn man halt solche Sachen dann am Telefon hört und dann nicht mal zum Gespräch kommen will, dann müssen wir halt die Leute suchen. Ich bin jetzt hier mit der Grünen am Telefonieren. Jetzt sag einmal, sie sollen auflegen, ich muss da kurz anrufen. Was ist denn, Hosse? Ist doch schön mit uns den Ausdruck. Das ist ja schon mal gut. Hast du von denen noch eine Nummer, außer von Hosse? Ja, der sitzt schon bei uns im Auto. Ja, die anderen wollen irgendwie nicht kommen, die haben ihn irgendwie verraten. Ja, doch, der hat zu denen sogar gesagt, wir stehen vor ihm mit der Acker, sollen runter kommen, aber er hat keinen Bock. Ja, also falls sie bei euch sind, sag weit. Ja, Utsch. Hm, jetzt lass mir raten, jetzt fahren wir umsonst hier rauf, weil hier keiner ist. Ja. Ich denke genau diese. Ah, wer hat's gedacht? Aber das ist doch nix, wo mein Schlüssel baut. hier macht man Schlüssel für ihr Auto. Dann fahren wir nur kurz Bauoxide, wenn sie da nicht sind, dann fahr mal da hin. Und ja, und dann, wenn sie da jetzt nicht sind, stirbst du halt bei Bauoxide und dann verkramen wir die da. Ja, tut mir leid für die, aber ja. Ja, tut mir leid für die, aber ja, anders können wir es nicht lösen. Aufgabe, ich hätte noch gute Idee für diesen Mann, bevor er stirbt. Er könnte geben, andere Telefonnummern von anderen Kollegen. Aber warum schiebt sie nicht so in der Stadt zur Welle? Ja, ne, du nicht, aber ich hab's irgendwie mit jedem Stress. Und was war mit die Rocker? Oh, jetzt kriege ich wieder nen Anruf. Ja? Ja. Alles gut, wir haben nen Boss. Schauen wir mal. Jo, schauen wir mal. Ne, das ist Jose. Oder ist das kein Boss von denen? Wer hast du von denen noch? Nun, Mann. Okay. Naja. Mehr beobachten mal. Einen von denen haben wir und ja. Okay, ich wünsch dir was. Ciao, ciao. Ja, dann bleiben wir mal kurz stehen. Ja, boh. Habe ich eine ganz gute Idee. Welche Idee hast du denn? Nanook ist doch ein guter Freund von uns. Ja, aber gleich, das machen wir gleich. Jose, komm mal mit. Gib dir jetzt nochmal kurz dein Handy. Dann ruf Schanz, sie sollen jetzt hierher kommen. Und sonst wird jeder einzelne von denen sterben mit Kopfgeld von 2 Millionen. mir ist es mittlerweile jetzt egal. Hallo. Ja, was ist los? Natürlich Lautsprecher. Wenn wir hochkommen, äh, dingste, Palete. Ich bin grad aber ein bisschen geschwommen. Ja, nachher stirbt halt jeder einzelne von denen. Mir auch egal. Hä? Aber was, was haben wir denn gemacht? Ich meine... Du kannst denen ja erzählen, was du gemacht hast, Jose. Ich kann nur... Was du gemacht hast? Wie hast du denn da bei den Rockern am Telefon gesprochen? Ich lecker den jetzt auf. Gib mir mal von dem Ding mal. Bei dir auch. Bei dir auch, El Chapo. Er hat auch bei dir an die Telefon. gesagt, du kannst ihm an die... Deine Piepen als Lutschen. Ja. Sag zu denen, darfst du, wenn ich mich selber... Machen wir mal Lautsprecher. Wenn ich mich selber liefere, bekomm ich zwei... Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt verarschen wollen. Was ist das? Ich sag zu denen, ich schwimme gerade zum Pier. Und die Jungs, ich weiß nicht, wo die sind jetzt. Ich hab die angerufen, die gehen nicht mehr ran. Ich glaub... Keine Ahnung, wo die sind. Wie kommt er denn von hier oben nach dem Pier runter in die Stadt? Ey, ey. Wenn ihr mich hört, ich kann nur für mich das nicht sprechen. Ja, dann du nicht komm. Ich kann jetzt aber auch nichts für euch tun, so. Ja, wo ist er denn genau? Sag zu denen... Ja, soll ich hoch zum Pier schwimmen? Äh... Zu Palette. Wo ist er? Die können schön im Pier selber kommen. Ja, wo denn? Sag zu denen, ich schwimme ihre Laufbusche. Der soll dir einen Standort schicken. Standort? Hey, warte. Äh... Standort, deswegen ist meine App spackt ein bisschen rum, ne? Geht nicht. Also meine App... Siehst du, deine Kollege lügt. Fertig. Abfahrt. Schnauze voll hier.